Mit einem Intro erwecken Sie beim Zuschauer Aufmerksamkeit und Interesse. Ihr Intro dient als Vorspann zu Ihrem eigentlichen Werbevideo. Hierbei bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten. 1. Sie übermitteln uns ein Video von Ihnen. Oder 2. Wir platzieren ein geeignetes Motivvideo in Ihrem Intro. Wenn Sie hierzu weitere Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Untertitelung des ZDF, 2020